ähm ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf banjo fitimo und ich möchte euch heute einen den neuen hier crossfire euro patch vorstellen ja und ich würde sagen fangen wir direkt an im item shop da gibt es jetzt neu die microgrillie scope die kennen wir schon aus crossfire na die ist jetzt hier neu für rp im item shop temporär dasselbe gilt für die thompson die bash master die kürze advanced die stelle die kamo ja an diesen kann man noch für gp permanent m die ultimax kaufen das nicht nette waffen mit dem markt wenn man ein shooting range die mauser und hier im temporete zp kaufen das kukri ist jetzt dabei und das tut die dual barrels dieser ja sonst mal nur hier durch daily missions ja das war einfach alles was hier neu ist von den waffen her nun gehen wir über zu den charakter dort gibt es hier so high rank extra mit 15 prozent exp mehr das jahr items gibt es auch neue sachen nämlich hier neue spray logo also an und b spray logos zwei neue name cards green dots und snowflake forest also ganz nett aussehende ja alles ganz nett ja package items gibt es nichts neues kommst m zum black market also capsule shop hier haben wir gibt es nur einmal die ulp x das ist eine rp create und die ulp x ist eine erweiterte version der spob die kennen wir noch aus crossfire na und ja ich würde sagen dass ich kann sagen was ist das einfach nur ein spot die halt anders aussieht und die hat eine permanente hier smoke protection an das heißt wir haben immer smoke protection das ist ziemlich cool eigentlich aber auch irgendwie scheiße noob charakter und sonst gibt es die m 41 custom jetzt hier wurde auch langsamer zeit und die m 34 stakeout ist eine ganz nette waffe ist alles schon in na ja ist richtig nette waffe die können wir uns jetzt erst bin gp create haben sie noch nicht dann schaue ich noch mal ganz kurz ob sich hier was verändert hat ja ich würde sagen leute m das war es auch schon von mir ich gebe in die wir gehen mal zu den neuen web neuem web einmal hier orbit station die heißt hier leo station das ist eine ganz nette map gefällt mir ansonsten müsste ich dreht mal gucken ob es eine neue zombie mode map gibt nein gibt es nicht lassen jetzt hier ja kommen wir jetzt zum regular ob es da eine neue gibt aber ich glaube auch hier gibt es keine neue und da bin ich liege ich auch richtig ähm ja also wie ihr seht also dass ihr seht das war es jetzt auch ähm ist hier nochmal alles was ich eben euch vorgestellt auch mal zusammengefasst in der video beschreibung schaut auch dort mal vorbei und ja also bis dahin leute bis zum nächsten video tschüss